Aber du bist auch in der Lage, Auren zu sehen, hast du gesagt. Und es gibt da so eine ganze Reihe von Sachen, die ja für Leute, die jetzt im alltäglichen Leben fest verwurzelt sind, mit beiden Beinen auf dem Boden stehen, so völlig absurd klingen. Aber wie ist das jetzt mit der Aura? Also was ist das? Kann das jeder? Ja, also das kann jeder, das macht auch schon jeder. Nur wir haben auch hier oft eine falsche Vorstellung. Also es gibt verschiedene Arten von Aura wahrnehmen oder von Aura lesen, die in der spirituellen, esoterischen Szene, die bekannteste ist ja das Energiefeld, wo wir dann Farben sehen und anhand der Farben herauslesen können, was ein Mensch bewegt. Also eine Aura so sehen, das kann vielleicht nicht jeder. Oder es lohnt sich auch nicht. Ich sage immer, es lohnt sich das auch nicht für jeden zu trainieren. Aber das ist ein Ding, wie man Aura lesen kann. Aber was jeder eigentlich schon macht, das ist auch das, was ich den Leuten immer wieder erkläre, wir benutzen alle schon tagtäglich unsere aussersinnliche Wahrnehmung, ohne dass wir es bewusst wahrnehmen. In welchen Zusammenhängen? Zum Beispiel jetzt, du gibst jemandem die Hand und du spürst sofort, irgendwas stimmt hier nicht. Nur die meisten Menschen sind dann darauf trainiert worden, durch Erziehung, durch Umstände usw., das zu ignorieren oder einfach zu sagen, wenn man bei jedem spürt, irgendwas ist eigenartig an dem, dass wir sagen, na komm, ich gebe dem eine Chance, der ist ja ganz nett oder ich muss mit dem zusammenarbeiten oder es ist der Kumpel von meiner Frau oder was auch immer. Und dann nach zwei, drei Monaten oder zwei, drei Jahren, je nachdem, merken wir wirklich, dass der uns zum Beispiel hintergangen hat oder belogen hat oder was auch immer. Und dann sagen wir, ich habe es ja eigentlich gewusst. Und ich bin überzeugt, jetzt werden viele Leute zu Hause sitzen und sagen, ja, sie kennen das tagtäglich. Oder etwas, was ganz spannend für mich war, ich war am Kumpel abholen auf der Bank, der arbeitet in der Schweiz in der Bank und dann ist der Chef zu mir gekommen und hat gesagt, hey, du bist doch der, damals hatte ich gerade bei Sat.1 eine eigene Fernsehsendung, du bist doch der Typ aus dem Fernsehen. Und ich so, ja, da sagt sie so, komm mal mit. Und da sagt der Chef so, also mal ganz ehrlich, das ist doch alles Schwachsinn, oder was du machst, du glaubst so nicht wirklich daran. Da habe ich gesagt, doch, ich glaube wirklich daran. Da sagt sie so, ja, aber wie will man Aura lesen, das geht doch gar nicht. Und dann habe ich ihn angeschaut und habe gesagt, du bist doch der Typ, der den Menschen Hypotheken vergibt. Und dann hat er gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, schau mal, erinnere dich mal, du sitzt da und der Mensch, der eine Hypothek von dir möchte, der kommt rein und an der Tür entscheidest du, der bekommt eine oder der bekommt keine. Und wenn du entschieden hast, der bekommt eine, nimmst du die Unterlagen und rechtfertigst quasi nur noch mit den Unterlagen, warum er sie bekommt. Und wenn du sie ablehnst, machst du genau dasselbe. Du nimmst die Unterlage und rechtfertigst, warum du sie ablehnst. Dann sagst du so, ja, ja, das stimmt. Und dann sagst du so, aber das ist Menschenkenntnis. Dann sagst du, ah, das ist Menschenkenntnis. Also du erkennst an der Nase eines Mannes oder einer Frau, ob sie die Hypothek bezahlen kann oder nicht. Dann sagst du, ja, nein, nicht wirklich, aber man bekommt ein Gefühl dafür. Dann sagst du, okay, also du glaubst daran, dass man ein Gefühl dafür bekommt, wem kann man eine Hypothek geben und wem nicht. Aber du glaubst nicht, dass ich erkennen kann oder ein Gefühl dafür bekommen kann, ob jemand Beziehungsprobleme hat oder berufliche Probleme hat. Und dann hat er gesagt, ja doch, stimmt eigentlich. Und das Spannende ist auch, auch wenn wir uns vorstellen gehen für einen Job, der Chef, die Leute, die einstellen, die Unterlagen sind, so sage ich, zu 90 Prozent vollkommen egal. Es ist der Eindruck, die Energie, die wir mit, oder wo wir ins Gespräch gehen. Genau. Und auch die Partnerwahl. Gut, aber okay, aber das ist ja alles, kann man ja auch unter innere Stimme oder Intuition. Ja, was ist denn innere Stimme oder Intuition? Eigentlich muss man mal so sehen, eigentlich das ganze Leben ist aufgebaut in Energien. Also du, deine Aura hat eine Energie, das ist ein Impuls, der kommt auf mein Energiefeld, geht ins Unterbewusstsein und dadurch werden dann Bilder ausgelöst oder eben innere Stimmen ausgelöst und so weiter. Und das ist ja eigentlich alles dasselbe. Oft haben wir viele Begriffe, ja, viele Begriffe und meinen eigentlich dasselbe. Auch Aura ist ja eben für viele Leute nur beschränkt um das Energiefeld von unserem Körper. Dabei der Tisch hat eine Aura, jeder Gedanke hat eine Aura oder es ist eine energetische Ausstrahlung. Also mit anderen Worten, du verbuchst all das unter dem Stichpunkt Aura, aber ist Aura nicht auch irgendwie was, was man, was Farben hat und so weiter? Natürlich, auch der Tisch hat eigentlich eine Farb-Aura um sich herum. Jede Pflanze, jedes Tier, ja. Das Problem ist eben, dass wir einfach vieles von über Auras gelesen haben in Büchern oder da diese Fotos kennen und so weiter. Und deswegen ist in den meisten Köpfen drin einfach Aura gleich Farben mehr um den Mensch. Dabei hat eigentlich fast alles eine Aura, ja, weil alles Energie ist. So, okay, wie kann ich jetzt lernen, sowas zu sehen, oder? Also ich rede jetzt nicht von dem Bauchgefühl, was ich bekomme, wenn jemand durch meine Tür tritt und ich entscheiden muss, ob er eine Hypothek von mir kriegt, sondern ich meine jetzt wirklich was, richtig was sehen. Also zum Beispiel ein Ding, wie du es lernen kannst, ist zum Beispiel, wenn du eine Person vor eine neutrale Wand stellst, am besten ist weiß oder dunkel, ja. Und dann zum Beispiel die Stirn scharf fokussierst. Und dann mit der Zeit siehst du dann relativ schnell, eigentlich so in diesem Bereich sieht man dann so wie einen helleren Kranz. Und wenn man das täglich so ein bisschen übt, dann kommen mit der Zeit Farben dazu. Also auch wenn jetzt in dem Moment während des Interviews ein paar Leute probieren, das beim Partner zum Beispiel, oder man kann auch den Finger nehmen, fingerscharf anschauen, meistens hat man ja an der Decke eine weisse Wand, und dann außenrum so ein bisschen verschwimmen lassen, sieht man sehr schnell Gelb zum Beispiel. Gelb ist so die erste Farbe, die man wahrnehmen kann. Dann kommt Grün dazu, dann kommen so diese verschiedenen Farbpaletten dazu. Und so kann man es eigentlich trainieren. Im Grunde ist es einfach, wenn wir diesen verschwommenen Blick machen, also jetzt biologisch gesehen, wir können ja die Pupille schliess sich oder öffnet sich, durch diesen verschwommenen Blick öffnet sich die Pupille mehr, und durch das haben wir einen grösseren Lichteinfall. Und es werden dann im Auge hinten andere Farbstäbchen quasi gereizt, und durch das können wir ein breiteres Farbspektrum wahrnehmen. Also es ist eigentlich gar nicht so außersinnlich, sondern es hat sehr viel einfach mit Biologie zu tun. Ich wollte gerade fragen, also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Hand jetzt von dem Hintergrund hier anschaue, jetzt zum Beispiel hier von diesem blauen Hintergrund, und die eine Weile lang angucke, dann sehe ich dann schon was um die Finger herum, aber kann das nicht auch einfach ein biologischer Effekt auf der Netzhaut sein? Wenn ich in ein Licht gucke und dann weg gucke, dann sehe ich ja auch immer noch dort ein Licht zum Beispiel. Ist ja auch so ein Effekt auf der Netzhaut. Das ist ein Effekt von der Netzhaut. Und am Anfang ist es auch wirklich so, dass das Auge muss sich auch wirklich daran gewöhnen. Am Anfang ist es auch so, dass man wirklich so dieses Weglaufen auch hat, was man kennt von Glühbirnen oder wenn man zu lange ins Fernsehen schaut. Also es braucht wirklich ein paar Monate bis ein paar Jahre Training, bis man dann das wirklich unterscheiden kann, was wirklich die Aura ist. Aber ich sage den Leuten auch immer, das Schwierige ist nicht eine Aura zu sehen, das Schwierige ist nachher eine Aura zu interpretieren. Weil wenn ich jetzt hier meine Aura-Farben, die Leute haben das Gefühl, aha, wenn ich jetzt seine Farben sehe, dann kenne ich seine tiefsten Geheimnisse. Das ist überhaupt nicht so. Du siehst dann einfach die Farben um mich herum. Also die Farben sind so nice to have, aber eigentlich das Wichtige ist das Gefühl, was man dabei entwickelt. Das Lesen können. Und das lernst du eigentlich nur über Jahre lang beobachten. Oder ich habe es so gelernt, dass zum Beispiel, wenn jemand verliebt ist, wie verändert sich die Aura, wenn jemand böse ist? Und wie verändert sich die Aura, wenn jemand verliebt ist? Es kommt ganz darauf an. Rosa? Rosa ist meistens eben bei uns nicht so der Fall. Rosa ist oft zwischen Mutter und Kind oder zwischen Vater und Kind. Das ist so diese, fast schon diese Art bedingungslose Liebe. Oft zwischen Pärchen ist sehr viel Rot drin. Und Rot ist der Trieb, die Leidenschaft. Auch oft, wenn ich so Paare anschaue, also ich habe sehr früh eigentlich so den Glauben an eine Liebe bis ans Lebensende verloren, weil ich bei den meisten einfach Trieb sehe. Und wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, sind die meisten Beziehungen auch wirklich triebgesteuert. Jetzt hassen mich gerade ein paar da draußen. Oder einfach aus Gemütlichkeit ist man noch zusammen. Weil wie viele Leute sind verheiratet, aber da geht gar nichts mehr. Also das ist kein energetischer Austausch und schon gar kein körperlicher Austausch mehr. Also das ist kein energetischer Austausch.